Schau mal hier, du! Ja hoi, Fetze! Gibt es dich auch noch, Erik? Ja schon! Ich dachte, du riechst schon lange auf der Deponie, du. Nein, 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 so schneit es nicht. Nein, 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 nein. Aber du bist so weit weg, aber warte, 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 warte. Ja, weisst du, ich hatte das letzte Jahr einen Unfall. Und dann mussten sie den Oberschenkel, Hals, Knochen kehren. Jetzt ist ein Bein etwas kürzer. Jetzt habe ich beim Laufen ein bisschen Probleme. Und jetzt, was wir sagen, bleibt das so? Ja, du weisst schon, wenn du ein alter Ding bist, machen sie nicht mehr lange Scheisse. Dann denken sie, da habe ich dir eine gute Idee. Ja, du hättest früher schon immer so gute Ideen gehabt. Ja. Ja, ja. Du musst mit dem einen Bein auf dem Trotto laufen, und dem anderen auf der Strasse. Und dann tue das ausgleichen. Peter, das ist eine gute Idee. Das probiere ich jetzt noch gleich schnell aus. Ja. Aber übrigens, ich habe dir auch noch einen Tipp, wegen dem kleinen Sprachfehler, den du hast. Ja. Halt einfach die Gutsche, hey. Halt einfach die Gutsche. Ah, ja. 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 Ja.